Hallo liebe Kinder, wir sind jetzt, ich weiß nicht, ob ihr mich seht, Leo ist da, wir machen gerade unser Videoclip, ja Olli ist auch da, Olli sagt doch mal hallo, ja, und wir sind mitten im Drehen, es ist verdammt warm hier und es ist auch sehr heiß, ja, was soll ich dazu sagen, es ist halt richtig harte Arbeit, Musik machen ist nun mal einer der härtesten Jobs auf diesem Planeten, die hätten auch alle auf den Bau gehen können, aber wir haben gedacht, oder in den Bau, was ähnliches, ja, man steht ja manchmal kurz davor, wir sagen nochmal tschüss, vielleicht sieht man sich irgendwann mal, wenn ihr das Video anguckt, und ihr könnt ja schreiben, wie ihr es fandet, ja, aber, ähm, ich beobachte dann einfach Leo, das ist auch wirklich etwas Interessantes in dieser Band, ja, der einzige, der hier was für einen gemacht hat, so, tschüss. Das ist, was du merkst, ja? Ja. Du hast aber nichts zu sagen. Nein, nein. Wenn ich das mit Timmy sage, echt, dann gibt's das, ja. Ja, das gibt's. Weil ich das noch kreise. Genau. Das ist das, ja. Es ist die Tauber auf Yourself, you have more side, Mother darkness in the night, Step down and start to fight, until we see the light, Feel the fire, it's the hope inside, I say a prayer. Ja, Georg, du kommst mit Backstage? Du kommst mit Backstage? Du kommst mit Backstage, du kommst mit Backstage. Ja, du kommst mit Backstage, du kommst mit Backstage, du kommst mit Backstage, Hey! Hallo! Hi! You can hear them all inside, Mama drums is in the night, So that will start to fight, cause you will see the light. Du kommst mit Backstage, du kommst mit Backstage, mach mal eine Standweiser. Das habe ich verstanden. Wenn ich dir mal die Hand reichen darf. Ja, sehr gut habt ihr das gemacht. Ihr werdet noch etwas später im Video noch das Öfteren sehen. Vielen Dank.